345, das ist die Zahl, um die es morgen gehen wird zum Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse. 345 Spiele für die Dresdner Eislöfen, die hat dann dieser Mann neben mir auf dem Buckel, Stephen Rupprich. Wir sehen es auch, es wird ein bisschen was Besonderes, wir haben extra für dieses besondere Spiel, für diesen besonderen Moment, für diesen Rekord, ein bisschen was mit dem Fanshop erarbeitet, T-Shirt, Tassen etc. wird es alles geben. Schaut mal vorbei auf eislöfen-fanshop.de und sichert euch vielleicht was von diesem schicken Ding. Ruppi, wie ist das für dich? Eigene Fanartikel? Ja, es ist natürlich für mich eine riesen Ehre, dass die Leute um mich rum, mit denen ich hier seit Jahren zusammenarbeite, mir diese Ehre erweisen, so schöne Sachen herzustellen und einfach meine Arbeit auch dadurch so eine Wertschätzung für mich hat. Ich meine, jeder kennt mich, jeder weiß, dass ich auf dem Papier vielleicht jetzt nicht der herausragende Mann bin, aber trotzdem die Leute hier meine Arbeit zu schätzen wissen, ist für mich eine große Sache. Und jetzt sind es 344 noch, 345 steht an, wenn Kind Nummer 30 Zeit lässt. Ja, ich habe schon mit dem Bauch geredet und um einen Tag Aufschub gebeten. Also ich bereite mich darauf vor, auf das Spiel morgen, wenn es natürlich was dazwischen kommt, dann muss ich dann reagieren. Mache ich auch gerne, aber an sich zählt für mich morgen erst mal das Spiel. Hätten wir natürlich alle für Verständnis, wenn es dann ein bisschen verzögert erst passiert. Aber gut, schauen wir auf das Spiel gegen Weißwasser Derby. Wenn das dann noch dazu kommt, alles wäre ein perfekter Rahmen, wenn Fans noch dabei wären. Ja, das ist natürlich gerade beim Spiel gegen Weißwasser ist auch die Brisanz immer auf den Rängen immer eine große Sache für uns. Und gerade für mich, der das Sachsen-Derby schon länger mitmacht, auch immer nochmal ein extra Anreiz und ein bisschen mehr Feuer drin. Es ist sehr, sehr schade, auch die ganzen anderen Spiele, dass wir unsere Fans dabei nicht dazu haben, die uns unterstützen. Aber ansonsten wollen wir trotzdem auch alle Leute zu Hause an den Bildschirmen stolz machen. Worauf wird es ankommen? Gegen die Füchse jetzt, die beiden Spiele, die wir schon hatten, waren eng. Hier zu Hause, erstes Heimspiel, knapp gewonnen nach Verlängerung. In Weißwasser kurz vor Weihnachten knapp verloren nach 2-0-Führung. Ja, worauf wird es ankommen? Ich denke, gerade bei uns ist es zur Zeit, dass wir unser Spiel 60 Minuten durchziehen, dass wir die Konzentration beibehalten und systemgetreu einfach das Spiel durchziehen. Ansonsten sind wir, glaube ich, von der Truppe her stark genug, um jeden Gegner zu schlagen. Und an sich, ja, wir müssen hinten sicher stehen, die Tore schießen wir schon. Das hat ja zuletzt ganz gut geklappt. Ich kann mir vorstellen, die Stimmung ist auch ganz gut in der Mannschaft jetzt, wenn mal so ein bisschen, sage ich mal, der Knoten so leicht gelöst ist jetzt mit diesen 3 Siegen oder 4 Siegen aus den letzten 5 Spielen sogar. Ja, das ist natürlich immer so ein Problem, dass man, wenn man die Ergebnisse nicht liefert, auch egal wie gut man spielt, das setzt sich in den Köpfen fest. Das beeinflusst das Training, einfach die Stimmung in der Kabine, die ist jetzt wieder ein bisschen entspannter. Obwohl wir natürlich wissen, das waren jetzt 3 Spiele, davon haben wir jetzt noch keinen großen Schritt gemacht. Aber ansonsten, das Selbstvertrauen, das steigt einfach, man hat wieder mehr Vertrauen in sein eigenes Können und auch in seine Teamkollegen, dass, wenn man mal einen Fehler macht, dass jemand das ausbügelt und das nicht gleich wieder, das heißt, dass man verliert. Und da halten wir jetzt einfach gut zusammen. Das hoffen wir morgen natürlich dann auch zum Sachsen-Derby gegen die Lausitzer Füchse. 19.30 Uhr geht's los, Eislöwen-TV ist via Sprite TV natürlich live dabei. Bringt euch das Spiel in die Wohnzimmer oder wo ihr auch immer die Spiele verfolgt. Mit dem Rekordmann neben mir hoffentlich. 19.30 Uhr geht's morgen los, Sonntag dann 18 Uhr in Kaufbeuren. Wir sehen uns.